Hallo, willkommen Astro-Rebellen, dein Monatshoroskop bei Zehn-Stern-Astrologie. Herzlich willkommen, liebe Astro-Rebellen, zu einem weiteren spannenden Monat bei Zehn-Stern-Astrologie. Ich bin Enmanuel von Zehn-Stern, euer Astrologe und Begleiter durch die Sternen. Bevor wir in die Tiefe des kosmischen Geschehens eintauchen, möchte ich euch daran erinnern, unseren Kanal jetzt zu abonnieren, so verpasst ihr keine meiner aufschlussreichen Videos und seid immer bestens informiert über die Einflüsse der Sterne auf euer Leben. Doch das ist nicht alles, meine lieben Astro-Rebellen, für diejenigen unter euch, die gerne in Ruhe nachlesen möchten, was der kommende Monat bereithält, gibt es eine schriftliche Version meiner Monatsprognosen auf meinem Webseite-Blog. Dort könnt ihr in aller Ruhe eure persönlichen Vorhersagen überprüfen und euch auf das vorbereiten, was das Universum für euch bereithält. Nun aber genug der Vorrede, lasst uns gemeinsam einen Blick in die Sterne werfen und herausfinden, was der kommende Monat für jeden von euch bereithält. Denn zusammen sind wir stark, liebe Astro-Rebellen, und nichts kann uns aufhalten, wenn wir die Macht der Sterne für uns nutzen. Hallo, lieber Steinbock, am 2. April beginnst du den Monat mit Merkur rückläufig im Wetter. Bis 25. Monatstag wirst du eine Zeit erleben, in der du dich auf Familienangelegenheiten und deine persönliche Vergangenheit konzentrierst. Kommunikationsprobleme innerhalb der Familie könnten auftauchen und es könnten Missverständnisse auftreten, die alte Themen oder Konflikte wieder aufleben lassen. Am 3. bis 4. des Monats hast du Venus-Konjunktion Neptun in den Fischen. Du wirst eine Phase erleben, in der deine Vorstellungskraft und Empathie in deiner Kommunikation stark betont werden. Du könntest dich von romantischen oder kreativen Ideen inspiriert fühlen. Danach am 5. hast du Venus im Sternzeichen wieder eingetreten. Bis 29. April wirst du dich in deinem Zuhause besonders wohl fühlen und deine Umgebung schöner gestalten wollen. Diese Position könnte auch dazu führen, dass du deine familiären Bindungen stärkst. Am 6. und bis 7. des Monats hast du Venus im Vidar, Sextil Pluto im Wassermann. Du wirst Möglichkeiten haben, deine finanziellen Ressourcen durch kluge Investitionen oder Neuausrichtung deiner Werte und Besitztümer zu verbessern. Am 8. gibt es eine Besonderheit, du hast einen neuen Mond und zugleich auch eine Sonnenfinsternis im 19. Grad Vidar. Diese Finsternis könnte eine Zeit des Neuanfangs und der Erneuerung in deinem privaten Leben signalisieren, in der du alte Muster loslassen kannst und auch neue Grundlagen für emotionale Sicherheit schaffen kannst. Am 9. und bis 18. hast du Mars-Konjunktion Saturn in den Fischen. Du könntest eine Phase der Konzentration und Disziplin in deiner Kommunikation und Denkweise erleben. Themen wie Bildung, Transport, Umzug und Schriftstücke können an Wichtigkeit gewinnen. Am 19. hast du Merkur-Konjunktion Venus in Vidar. Du könntest eine Zeit erleben, in der deine Kommunikation besonders liebevoll und harmonisch verläuft. Am 20. und bis 23. hast du Jupiter-Konjunktion Uranus, um genauer zu sein, im 21. Grad Stier. Mit dieser Konjunktion, lieber Steinbock, wirst du eine Phase des plötzlichen Glücks und der unerwarteten Möglichkeiten in deinem kreativen Ausdruck und deinem Liebesleben erleben. Am 24. hast du einen Vollmond im 4. Grad Stier. Deine kreativen Projekte könnten mit diesem Vollmond Früchte tragen und du könntest Anerkennung und Erfolg für deine Bemühungen erhalten. Eine individuelle Analyse ist diesbezüglich erforderlich. Am 25. hast du Merkur direkt laufend im 15. Grad Vidar. Du wirst eine Phase erleben, in der deine Gedanken klarer sind und du besser in der Lage bist, familiäre Angelegenheiten und persönliche Bedürfnisse zu kommunizieren. Am 26. und bis 30. hast du Mars-Konjunktion Neptun in den Fischen. Und du wirst, lieber Steinbock, eine kritische Zeit am Monatsende erleben, in der du dich von deiner Intuition und deinem Einfühlungsvermögen leiten lassen solltest. Diese sind ganz allgemeine Aussagen. Ich wünsche dir alles Gute im April 2024.